Ja, herzlich willkommen zu diesem Video und heute gibt es ein Review, über das ich mich schon richtig freue und zwar über die FBA Masterclass von Sandro. Und ja, du kennst sicher Sandro, er hat einen YouTube-Kanal, in dem er dir seine Tipps und Tricks zum Thema Amazon FBA, also Fulfillment bei Amazon, das heißt Ware auf Amazon verkaufen bzw. von Amazon verkaufen zu lassen. Du sorgst nur dafür, dass die Ware sozusagen zu Amazon kommt und übernimmst den ganzen Einkauf. Ja, und Sandro hat hier die FBA Masterclass herausgebracht und in der FBA Masterclass zeigt er dir eben, wie du quasi Schritt für Schritt von Null auf ein Amazon FBA Business aufbaust. Und ja, bevor ich hier jetzt zu viel verrate, schauen wir direkt mal weiter. Und zwar habe ich dir unterhalb des Videos in der Beschreibung einen Link platziert, wo du dir die FBA Masterclass holen kannst. Du kannst da draufklicken, kannst dir das Video von Sandro ansehen und solltest du dir die FBA Masterclass über den Link unterhalb des Videos sichern, bekommst du von mir zusätzlich noch meine FBA Bestseller dazu. Das sind die Top-Produkte mit Links direkt zu Alibaba und AliExpress, die du nutzen kannst, damit du dein FBA Business starten kannst. Und diese Nischen, die funktionieren richtig gut, kostet normalerweise 197 Euro, das ist eben einfach eine Liste mit den besten Produkten. Und es wird ja in der FBA Masterclass perfekt beschrieben, wie du diese Produkte herausfindest und so weiter. Und nach diesen Kriterien wurden diese Produkte herausgesucht. Bekommst du wie gesagt in der Bonuskiste dazu, schick mir dazu, nachdem du dir den Kurs über den Link unterhalb des Videos gekauft hast, einfach eine Mail an bonus-at-bonus-kiste.com und ich schalte dir die Bonuskiste direkt frei. Und nicht nur das bekommst du dazu, sondern du bekommst auch mein E-Book, die 10 profitabelsten Nischen im Internet im Wert von 97 Euro, wo ich dir nochmal aufliste, welche Nischen optimal funktionieren. Das kannst du mit der FBA Masterclass perfekt kombinieren. Und, extrem interessant, wird auch nicht wirklich genutzt im deutschsprachigen Raum, die Instagram Traffic Strategie. Die kostet normalerweise 47 Euro, aber kannst du die auch auf Tiki Store holen. Es ist grundsätzlich so, dass du mit der Instagram Traffic Strategie die Möglichkeit hast, über Instagram Traffic auf dein Amazon-Produkt zu bringen. Das heißt, du kreierst über Instagram Interesse für dein Produkt, natürlich mit dem Ziel, dass die User dann auf deine Amazon-Seite kommen und du deine Verkäufe somit nochmals pusht, höher bei Amazon rankst und natürlich dann noch mehr Verkäufe dadurch machst. Alle diese drei Kurse, also die Instagram Traffic Strategie, das E-Book und die FBA Bestseller, bekommst du in der Bonuskiste dazu. Einfach, nachdem du den Kurs gekauft hast, schickst du mir eine Mail an bonus-at-bonus-kiste.com und stelle eben sicher, dass du dir den Kurs über den Link unterhalb des Videos kaufst. Alles klar, dann schauen wir direkt in den Mitgliederbereich der FBA Masterclass und bevor ich hier zu viel verrate, schauen wir einfach mal, was Sandro dazu zu sagen hat und wie er dich im Kurs begrüßt. Servus, was geht? Dies hier ist das erste Video von der FBA Masterclass und an dieser Stelle wollte ich mich einfach nochmal bei dir bedanken. Danke für dein Vertrauen. Ich weiß, du hast jetzt nicht gerade... Servus, was geht? Dies hier ist das erste Video von der FBA Masterclass und an dieser Stelle wollte ich mich einfach nochmal bei dir bedanken. Danke für dein Vertrauen. Ich weiß, du hast jetzt nicht gerade wenig Geld für diesen Kurs bezahlt, aber ich verspreche dir, dass dieser Kurs sein Geld wert ist und du das ganze Wissen für dein eigenes Amazon FBA Business anwenden kannst. Ich möchte dir in diesem Video einmal kurz zeigen, wie du dich hier im Kurs... Ja, da schauen wir einfach direkt mal rein. Das komplette Video siehst du ja dann im Kurs von Sandro direkt und zwar geht es hier eben, wie er bereits beschrieben hat, los mit Kapitel 1, Einleitung FBA Masterclass, das ist eben dieses Video, was wir gerade gesehen haben. Dann geht es weiter, Einführung Amazon FBA, was ist das überhaupt? Auch hier können wir mal kurz reinschauen. In diesem Video möchte ich noch einmal kurz über das Businessmodell Amazon FBA mit dir sprechen. Und zwar der Ablauf ist ja folgender, wir suchen uns einen Hersteller in China, der uns Produkt X herstellen kann, kreieren quasi eine eigene Marke und dann schicken wir die Ware ins Amazon Lager und wenn ein Kunde kauft, wickelt Amazon den Versand ab. Dadurch sparen wir uns die Zeit für diesen Versand und können uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren, wie das Marketing und so weiter und können das Business einfach gut skalieren, indem wir weitere Produkte auf den Markt bringen. Dadurch können wir verdammt viel Geld verdienen, wir haben verdammt viel Zeit für andere Dinge und so ist ungefähr das Prinzip dahinter. Das sollte dir aber bestimmt auch klar sein mittlerweile. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass du dir verinnerlichst, dass du keine Angst davor haben musst, dass dein Produkt nicht verkauft wird. Denn in diesem Kurs lernst du ganz genau, wie du Märkte analysierst, wie du Produkte analysierst und du gehst ja nur in einen Markt rein, wenn er auch lukrativ ist für dich. Das heißt, du sagst ja jetzt nicht einfach, ich verkaufe eine Tasse mit einem Dreieck drauf und versuch einfach mal irgendwas online zu verkaufen, sondern du guckst ja ganz genau, welche Tassen lassen sich verkaufen, welche Tassen machen so und so viel Umsatz und wo kann ich mich positionieren. Ja, das hat ja Sandro bereits perfekt erklärt, da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Das ist eben die Einführung, das heißt, wie das Ganze funktioniert, geht eben darum, du musst nicht das Rad neu erfinden. Du kannst schauen, okay, was funktioniert woanders gut. Du kannst zum Beispiel schauen, was funktioniert in Amerika sehr gut. So habe ich das zum Beispiel bei meinen FBA-Bestsellern gemacht, die du ja dazu bekommst, was in Amerika extrem gut funktioniert und kannst dieselben Produkte von AliExpress und Alibaba sursen und diese im deutschsprachigen Raum wieder verkaufen. Funktioniert ja genauso. Und ja, schauen wir direkt weiter. Darauf kommen wir nämlich noch zu sprechen. Warum du auf Amazon verkaufen solltest? Amazon FBA Vorteile, ist glaube ich selbstredend, warum das eben ein extrem geiles Businessmodell ist, dir wird eben extrem viel Arbeit abgenommen und wie Sandro bereits auch in diesem Video erklärt hat, du kannst dich wirklich aufs Marketing und auf den Verkauf der Produkte konzentrieren und hast nicht diese Arbeit, diese Logistik und den Versand und so weiter, der ja nochmal extrem viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Leichtes Wachstum, Begriffe und Abkürzungen, die Arten von Käufern. Ein großer Denkfehler, auch extrem wichtig, sieht man immer wieder bei verschiedenen Amazon FBA-Anfängern, sage ich mal, dieser Denkfehler. Da möchte ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Das siehst du dann im Kurs. Eigener Online-Shop, auch hier werden nochmal die Vorteile und die Nachteile eines eigenen Online-Shops in Betracht gezogen. Denn viele sagen, okay, warum sollte ich über Amazon verkaufen, wenn ich ja einfach einen eigenen Online-Shop machen kann und somit nichts an Amazon abdrücken muss. Ja und warum es aber trotzdem vor allem anfangs viel besser ist, wenn du mit Amazon FBA startest, das wird eben in diesem Video erklärt. Das 800 Euro Startkapital Amazon FBA Projekt, da schauen wir auch mal kurz rein und das finde ich einfach richtig geil, dass hier einfach direkt ein Projekt gezeigt wird, das wird ja in den wenigsten Kursen gemacht, dass hier einfach direkt eine Case Study veröffentlicht wird. Okay, Sandro nimmt 800 Euro und versucht mit diesen 800 Euro ein Business aufzubauen und du kannst das Ganze direkt nachmachen, nicht eins zu eins nachmachen, du kannst es nachmodellieren. Dasselbe Produkt würde ich jetzt nicht verwenden, aber das ist eben extrem geil. Ich denke, so lernt man auch am besten, wenn du einfach ihm über die Schulter schaust, während er ein Produkt so verkauft. Kapitel 2, welche Unternehmensform ist optimal für das Amazon FBA Business, Gewerbeanmelden, der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, Krankenversicherung, Eorinum, also du siehst bereits hier in Kapitel 2, geht es um die Dokumente und so weiter, um dein Geschäftskonto, Kreditkarte, Etikettendrucker, den du sicher brauchen wirst, Microsoft Office. Wie du einen Alibaba.com Account erstellst, also wie du das Ganze dann, ja, den brauchst du ja, um sozusagen die Lieferanten anzuschreiben, dann hast du hier einen FBA Kostenrechner und Steuerberater, wie du diesen findest. Ich glaube, auf dieses Kapitel muss ich gar nicht näher eingehen. Dann Kapitel 3, Einleitung, Produkte finden. Extrem wichtiges Kapitel, denn hier entscheidet sich dein Erfolg. Wie gesagt, du bekommst mit den FBA Bestsellern, die du ja dazu bekommst, in der Bonuskiste, hast du schon mal Produkte, die funktionieren. Und wie du solche Produkte findest, lernst du eben im Kapitel 3. Einleitung, Produkte finden, Produktzertifikate, Produktkategorien mit Freischaltung, die Nachfrage analysieren. Extrem wichtig, auch wenn du ein Produkt hast, das deiner Meinung nach richtig geil ist. Du solltest die Nachfrage analysieren, wird das Produkt überhaupt gebraucht? Und es ist nicht schlimm, wenn du Konkurrenz hast in dem Bereich. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass es sich wirklich verkauft. Und ja, Kapitel 5, nicht nur kopieren. Die Produktgröße spielt auch eine extreme Rolle. Denn wenn du jetzt ein riesiges Produkt hast, was dann noch im schlimmsten Fall wenig kostet, dann zahlst du bei Amazon einfach mehr dafür. Das heißt, wenn du kleine Produkte hast, zahlst du für die Lagerung und so weiter bei Amazon viel weniger. Dann sieben Kleinteile vermeiden. Das ist eben, ja, ich denke mal selbstredend, damit das keine Kinder oder so verschlucken. Schließlich hast du ja die Haftung über dieses Produkt. Das heißt, du solltest möglichst einfache kleine Produkte verkaufen über Amazon FBA. Aber dazu kommen wir dann noch. Patent und Designschutz. Die Produktbewertungen. Wie bekommst du diese? Vor allem anfangs ist das teilweise ein bisschen schwierig, dass du Produktbewertungen bekommst. Aber da hat Sandro eine perfekte Möglichkeit, wie du einfach die ersten paar Bewertungen dir zum Beispiel kaufen kannst. Potenzial erkennen und Verkäufe verteilen sich. Dann Kapitel 4, Produktideen finden. Wie findest du eine Idee? Wenn du jetzt gar nicht weißt, wie du starten sollst, dann würde ich dir das Video auf jeden Fall empfehlen. Da kannst du nochmal wirklich recherchieren, was gut funktioniert. Oder du nutzt einfach die Produkte aus den FBA-Bestsellern in der Bonuskiste. Dann hast du auch garantiert wirklich gute Produkte, die sich gut verkaufen lassen. Ziele setzen. Lasse dir Zeit. Die 999-Methode. Auch extrem interessant, was Sandro hier verrät. Beispiele, ein gutes Listing und ein schlechtes Listing. Wir können hier einfach mal ins Video reinsehen, damit ich dir auch ein bisschen was hier vom Kurs zeige. Bevor wir jetzt mit den Produktanalysen anfangen und mit den Marktanalysen, möchte ich nochmal über ein Thema sprechen. Und zwar Beispiele für ein gutes Listing und Beispiele für ein schlechtes Listing. Was macht ein gutes Listing aus? Was macht ein schlechtes Listing aus? Und warum verkaufen manche auf Amazon erfolgreich und manche eben nicht so erfolgreich? Und dafür gehen wir einfach wieder in die Praxis und öffnen uns einfach mal ein paar Beispiele. Wir fangen jetzt mal an mit der Knoblauchpresse. Und öffnen uns mal hier den Bestseller. Und du siehst hier auf jeden Fall ein ausgefülltes Listing, was auf jeden Fall gut ist. Ja, hier sind einige Rechtschreibfehler drin, das ist kacke, weil das Produkt von einem Chinesen ist und der hier vielleicht mit Google Übersetzer gearbeitet hat. Aber der Titel ist vernünftig, man wird hier nicht erschlagen. Sieben vernünftige Produktbilder, so wie es sein soll, Produkt in Aktion. Ja, zu viel möchte ich hier natürlich nicht zeigen, denn das siehst du ja dann im Kurs. Aber du siehst hier bereits die Videos, das ist extrem viel Inhalt in dem Kurs. Alleine dieses Video hat jetzt knappe 10 Minuten und ist ein Video von, ich denke mal, sicher 40 oder 50 Videos. Das ist hier einen extremen Inhalt in dem Kurs drinnen und das zu einem vergleichbar günstigen Preis für den Inhalt, den du einfach bekommst. Denn wenn du das Ganze jetzt auf eigene Faust startest und diese Tipps nicht hast, dann wirst du definitiv mehr Geld verbrennen, als dich dieser Kurs kostet. Deswegen sind eben solche Kurse einfach unbezahlbar, meiner Meinung nach, denn wenn du diese umsetzt, kannst du damit Geld verdienen und kannst dies zu deinem Hauptberuf machen. Kategorien durchstöbern, geht es hier weiter. Hier zeigt dir eben Sandro auch wieder hier in einem 20 Minuten Video, wie du die Kategorien einzeln durchstöberst. Das heißt, du gehst hier wirklich alles durch und schaust, okay, was funktioniert, was wird hier verkauft und holst dir so Inspiration. Dann geht es weiter mit der Marktanalyse Hobby, Boxhandschuhe zum Beispiel. Hier, extrem geil, eine Marktanalyse. Das heißt, hier sagt Sandro in diesem Video, okay, er analysiert jetzt mal diesen Marktboxhandschuhe. Und anhand dieses Beispiels zeigt er dir alles. Er zeigt dir, okay, welche Produkte gibt es bei Alibaba, welche werden auf Amazon verkauft, welche werden vielleicht von FBA-Anbietern auf Amazon verkauft, kann man da in diese Nische noch reingehen oder nicht. Und das Ganze mit Küchenrollhaltern macht er das, mit einer Toilettenbürste, mit einer Blumenkelle und einem Zugluftstopp. Also genau solche Produkte sind es, die auf Amazon FBA oft extrem gut funktionieren. Man muss sie eben einfach nur finden. Und mit diesen Marktanalyse zeigt er dir, wie er das macht, wie er das Ganze analysiert. Und du kannst da extrem viel lernen. Also alleine diese Marktanalyse sind bereits den Preis des Kurses allemal wert. Kapitel 5, Einkaufspreise herausfinden, wie machst du das? Und hier sind eben nochmal extrem geile Tricks drinnen, wie du günstigere Einkaufspreise erhältst. Das heißt, wie du den Lieferanten schreiben kannst, damit du den optimalen Preis erhältst. Und ja, das spart dir natürlich selbstredend auch nochmal viel Geld. IncoTerms, 10 Hersteller anschreiben, die Preiskalkulation, Rentabilität, die Bestellmenge planen, Langzeitlagergebühren und so weiter. Das wird hier alles behandelt. Produktverpackung, China Import Agentur. Das heißt, du kannst deine eigene Agentur dafür engagieren, dass diese Produkte importiert werden. Und auch das hat Sandro genutzt und sagte hier eben seine Erfahrungen damit und was er machen würde. Und hier wichtige Informationen zum Import. Das wird eben bei vielen anderen FBA-Kursen ja gar nicht beachtet, dass es hier sehr bestimmte Sachen zu beachten gibt. Das ist grundsätzlich nicht schlimm, solange man es weiß und sich eben daran hält. Und darum geht es eben in diesem zehnten Video, wichtige Informationen zum Import. Dann Samples bestellen, extrem wichtig. Du solltest natürlich das Produkt sehen, bevor du es verkaufst. Deswegen bestellst du dir Samples von deinem Alibaba-Händler oder von AliExpress. Das ist dann egal. Und testest das Produkt. Du schaust, okay, kann ich das so verkaufen? Gibt es vielleicht ein paar Freunde und so? Fragst diese, was diese dazu sagen und so weiter. Dann geht es darum, Preise verhandeln. Auch hier extrem wichtige Tipps in dem Video. Da sparst du dir richtig viel Geld. Und hier nochmal ein Interview mit der Agentur Frisch. David Agentur Frisch. In dem auch nochmal zusätzliche Tipps zum Import preisgegeben werden. Das sind natürlich Spezialisten dieser Agentur. Kapitel 6. Markenname überlegen. Wenn du dein Produkt, du solltest dein Produkt branden. Du kannst das Ganze direkt von deinem Alibaba-Händler zum Beispiel branden lassen. Und wenn du eine Marke aufbaust, dann ist das viel sinnvoller, als wenn du das Produkt als No-Name-Produkt quasi verkaufst. Denn wenn du eine Marke aufbaust, man kennt deine Marke, du kannst dann, wenn du Boxhandschuhe verkaufst, kannst du zusätzliches Boxzubehör verkaufen und so das Ganze eben dann nochmal extrem hoch skalieren. Dann geht es in Video Nummer 2 um den Markennamen. Wie lässt du diesen schützen? Wie lässt du ein Markenlogo erstellen? Das machst du auf Fiverr. Das kostet dich dann auch nicht viel. Also die teuersten Logos kosten da 30 bis 40 Dollar oder so. Und die sehen schon richtig gut aus. Dann bei 99designs.de kannst du das machen. Oder Werbeagentur. decentwork.de Verpackungsdesign. Wie solltest du das machen? Da gibt es eben auch verschiedene Standardmöglichkeiten. Auch hier verrät dir Sandro, was er nutzt und was preis-leistungsmäßig einfach am besten ist. Meine Meinung zu Verpackungen. Eben das ist dann mit diesem Video kombiniert. Und das Fazit zum Kapitel. Dann geht es um Kapitel 7. Aktueller Standpunkt. Das heißt hier solltest du ja dann bereits schon alles wissen. Du solltest dein Produkt quasi kennen. Die Verpackung, wie du das importierst und so weiter. Das heißt jetzt geht es darum, deinen Amazon Seller Account zu erstellen. IT-Rechtskanzlei. Versicherung. Du kaufst dir ERN-Codes. Du brauchst natürlich für jeden Artikel einen ERN-Code. Das ist Voraussetzungen. Zumindest im europäischen Raum. ERN-Codes Zusammenfassung. Gemischter Warenbestand. Dann geht es weiter mit Produkte im Amazon Account anlegen. Auch hier können wir zum Beispiel mal kurz ins Video reinsehen. damit du siehst, was dich hier erwartet. In diesem Video zeige ich dir, wie du mithilfe eines ERN-Codes ein Produkt auf Amazon anlegst. Und dafür klickst du einmal hier oben auf den Reiter Katalog. Dann erscheint diese Seite hier. Und was für uns interessant ist, ist das Feld hier unten links. Und zwar neues Produkt hinzufügen. Und zwar hast du hier die Möglichkeit auch Handelsware anzubieten auf Amazon. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Großhänder findest, der dir diese Nike Cappy günstig anbieten kann, dann kannst du mithilfe... Ja, auch hier möchte ich natürlich nicht zu viel herzeigen. Das siehst du dann auch wieder alles im Kurs. Dann schauen wir hier direkt weiter. Produkte zu FBA umwandeln. Das ist eben das, wenn du jetzt dein Produkt bei Amazon anlegst, dann ist das grundsätzlich erstmal ein normales Produkt, das du selber verschicken müsstest. Du möchtest das aber nicht machen. Du möchtest alles an Amazon abgeben. Das heißt, du wandelst dein Produkt zu einem FBA-Produkt um und bekommst dann eine Versandadresse, an die du das Ganze hinschickst, mit deinen Codes drauf, richtig verpackt und so weiter. Das muss von dir alles vorher gemacht werden. Und dann schickst du dieses Paket mit den Produkten an das Amazon-Lager und Amazon übernimmt den kompletten Rest. Die übernehmen den kompletten Verkauf. So, dann Barcode vom Produkt generieren und warum Samples so wichtig sind. Und hier erzählte eben Sandro eine Geschichte, wie er ja quasi keine Samples bestellt hat. Und ja, das kann ziemlich zurückschlagen, sage ich mal. Du solltest auf jeden Fall Samples bestellen. Auch hier, schau dir das Video an, dann siehst du das, warum Samples so wichtig sind. Kapitel 8, wohin die Ware liefern lassen. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Du kannst die Ware direkt ans Amazon-Lager liefern lassen. Ob das sinnvoll ist, erfährst du im Video. Du kannst das, die Ware direkt an einen Drittanbieter liefern lassen. Du kannst dir das Ganze aber auch einfach heimschicken lassen. Am Anfang würde ich mir das einfach heimschicken lassen und zu Hause bearbeiten und dann ans Amazon-Lager weitergeben. Ja, Warenimportmöglichkeiten, Freight Hub, Zolltarifnummern, wichtige Vorbereitungen, dann die Nachverzollung, die Ware bezahlen, Alibaba Trade Assurance, also wie der Name bereits sagt, das ist eine Handelsversicherung, Alibaba.com, Trade Assurance, Meinung von Agentur Frisch, das heißt auch hier wieder die Meinung der Agentur und die Wareninspektion vor Ort. Natürlich solltest du stichprobenartig deine gelieferte Ware kontrollieren, damit du keinen Scheiß verkaufst, sage ich mal, auf Amazon, denn das führt zu negativen Bewertungen und somit auch, dass deine Ware nicht mehr gekauft wird. Deswegen extrem wichtig, Wareninspektion vor Ort. Dann Kapitel 9, extrem interessant, die Search Engine Optimization und die ist ja hauptsächlich von Google bekannt, das heißt, es werden Webseiten Suchmaschinen optimiert, es werden, ja, YouTube-Videos werden Suchmaschinen optimiert, aber auch bei Amazon ist das extrem wichtig, denn wenn du es schaffst, höher zu ranken als deine Konkurrenz, ist es schon mal viel wahrscheinlicher, dass sich deine Kunden deinen Boxhandschuhe kaufen und nicht den der Konkurrenz. Das heißt, hier wird eben erklärt, Suchmaschinenoptimierung für Amazon. Wie funktioniert das Ganze? Synonyme und Nutzen-Keywords, dann SE Cockpit, das ist ein Keyword-Tool, damit du Keywords, die Kunden auf Amazon zum Beispiel suchen, ja, damit du diese direkt analysieren kannst. Und das geht eben dann nicht nur bei Amazon selbst, sondern auch bei Google, das heißt, du kannst dann mit deinem Amazon-Produkt über die Amazon-Webseite auch auf Google ranken. Das geht auch. Wie das funktioniert, erfährst du eben im Kapitel 9. Keyword-Tabellen bearbeiten, dann hier ein extrem wertvoller Geheimtipp zu den Keywords, verrate ich einfach gar nichts dazu, Zielgruppe definieren, dann das Produkt-Listing planen und durch andere Produkte inspirieren lassen, ist ja nicht verboten, du kannst ja natürlich die Produkte deiner Konkurrenz ansehen und das Ganze modellieren. Du kannst natürlich schauen, okay, warum hat der zum Beispiel diese schlechte Bewertung bekommen und kannst genau diesen Punkt verbessern. Das heißt, dass du einfach ein noch besseres Produkt als deine Konkurrenz bietest und die guten Punkte für dich dann auch modellierst. Produkt-Listing erstellen, dann Produkt-Fotos, Easybill, perfektes Tool für Rechnungen, das einfach automatisiert ausstellt, Verpackungs-Lizenzierung und Splitly, auch ein Tool, das dir nochmal extrem viel Arbeit erleichtert durch Automatisierung. Dann geht es weiter. Ja, und du siehst bereits, der Inhalt des Kurses ist extrem viel. Also ich habe mehr als eine Woche dafür gebraucht, alle Videos hier durchzuarbeiten, weil die Videos selbst auch extrem lang sind. Und das ist eben extrem gut, weil du hast hier wirklich alles, was du brauchst, wenn du mit dem Amazon FBA Business starten willst. Und ja, mit den Amazon FBA Bestsellern, die du ja in der Bonuskiste dazu bekommst, da sparst du dir dann auch nochmal Zeit. Das heißt, du kannst da direkt ein Produkt aussuchen und das direkt mit dem probieren. Dann geht es weiter. Kapitel 10, Ware ins Amazon Lager schicken. FeedbackGenius.com, Produktlaunch Ziele, Produktlaunch Taktiken, PPC verstehen, ACOS richtig nutzen, was das ist und warum du das brauchst, erfährst du dann in diesem Video. Dann eben hier PPC Kampagnen anlegen, auch extrem geil. Du kannst ja mit Amazon Werbung schalten und natürlich wie bei jedem anderen Produkt auch, mit dem Ziel, dass du mehr einnimmst, als du verkaufst. Und wie du da, was da die Tricks sind, für Amazon PPC Werbung zu schalten, das wird dir eben im Video Nummer 7 verraten. Dann manuelle Kampagnen füttern, negative Keywords, PPC Kampagnen optimieren, das ist, du schaltest da jetzt eine PPC Kampagne, siehst, okay, so und so läuft das. Wie kannst du das Ganze nochmal pushen? Wie kannst du das Ganze nochmal optimieren? PPC auf nicht profitable Keywords, Statistiken analysieren und Sellics, das ist eben ein Tool, damit du deine Statistiken, sage ich mal, noch mehr im Griff hast und das Ganze, ja, du hast einfach einen besseren Überblick nochmal drüber. Und dann geht es zum letzten Kapitel über und das ist eben, wenn du quasi schon fertig bist, wenn du dein Produkt bereits verkaufst, du hast PPC Werbung geschalten, du hast Bewertungen, dein Business läuft, nach dem Verkauf. Was ist da zu machen? Kunden Support Basics, denn du gibst einem Kunden natürlich einen Kunden Support, das meiste wird er von Amazon erledigt, wenn der Kunde etwas zurückschickt oder ähnliches und wenn du da ein einfaches Produkt hast, wird da nicht recht viel zurückkommen, da du ja sowieso ein Produkt heraussuchen solltest, das nicht anfällig ist. So wie zum Beispiel ein Boxhandschuh, da kann nicht viel passieren. Auf negative Bewertungen reagieren, extrem wichtig, so sehen auch Kunden, die dein Produkt kaufen wollen, okay, der Händler, der kümmert sich um die Kunden, das ist eine gute Marke, das ist ein guter Händler und sieht das so dann direkt, also unbedingt auf negative Bewertungen reagieren. Eine langfristige Werbeaktion erstellen, europaweit verkaufen, kannst du nämlich auch ganz easy bei Amazon machen, dass du einfach mit deinem Amazon FBA Account einfach sagst, okay, ich möchte jetzt nicht nur hier Deutschland abdecken, sondern ich möchte auch ganz Europa abdecken. Fragen im Listing, auch sehr cool, du kannst Fragen ins Listing direkt einbauen und auch wenn du das anfangs noch nicht weißt, du wirst immer wieder Fragen, immer wieder gleiche Fragen bekommen und da kannst du ja direkt die häufigsten Fragen ins Listing einpacken, denn das sind diese Fragen, die sich die Kunden am meisten stellen. Auch hier kannst du wieder deine Konkurrenz etwas ausspionieren und schauen, okay, was wird bei der Konkurrenz, was sind da die, pack dir vielleicht Fragen in die Beschreibung rein und so weiter und solche ähnlichen Fragen kannst du dann auch rein, packen, denn dann deckst du auch diese Kunden ab, die dir nicht schreiben, wenn sie eine Frage haben, wenn das einfach direkt beantwortet wird. Dann externer Traffic von Nischenseiten, auch extrem geile Taktik, du kannst eben von Nischenseiten direkt Traffic auf dein Amazon Produkt bringen und mit der Instagram Traffic Strategie, die du in der Bonus Kiste dazu bekommst, kannst du das dann auch nochmal kombinieren, das heißt, du hast dann von Nischenseiten externe Traffic, du hast von Instagram externe Traffic und du hast natürlich den Standard Amazon Traffic, also das ist perfekt. Dann hier Hosenträger Projekt Updates, das ist eben das Projekt, das Sandro gestartet hat, wo er nochmal, ja sozusagen dir zeigt in einer Case Study, wie das Ganze funktionieren kann und wie das Ganze bei ihm funktioniert. Dann hast du hier nochmal alle Tools, die er empfiehlt, um das Ganze optimal aufzusetzen und ja, das war der Kurs. Wie gesagt, von mir hat der Kurs eine klare Kaufempfehlung, das ist meiner Meinung nach der beste FBA Kurs, den ich bis jetzt getestet habe, die FBA Masterclass und ich denke, Sandro ist auch einer der erfolgreichsten Amazon FBA Verkäufer im deutschsprachigen Raum, das heißt, wenn du etwas lernen willst in einem Bereich, dann macht es sehr viel Sinn, sich an die Besten zu wenden und mit diesem Kurs hast du bereits alles drin. Das heißt, das ist quasi wie ein persönliches Coaching, weil du kannst jeden Schritt direkt durchmachen. Du musst einfach, am besten schaust du dir die Videos an, hast nebenbei ein Fenster offen und machst das Ganze Schritt für Schritt, Klick für Klick direkt mit. Ja und wie du sicher gemerkt hast, ist das jetzt bereits eines meiner längsten Videos überhaupt, einfach weil der Kurs so extrem umfangreich ist, obwohl wir gar nicht in viele Videos reingesehen haben, denn das siehst du ja dann im Kurs direkt. Ja ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, wenn du dir den Kurs die FBA Masterclass von Sandro holen möchtest, kannst du das gerne machen über den Link unterhalb des Videos in der Beschreibung und bekommst zusätzlich von mir die FBA Bestseller im Wert von 197 Euro dazu, du bekommst das E-Book die 10 profitabelsten Nischen im Internet im Wert von 97 Euro dazu und eben wie bereits vorher erwähnt, die Instagram Traffic Strategie, die dir einfach nochmal zusätzlich zeigt, wie du externen Traffic auf deine Amazon Listings bringen kannst und somit deine Verkäufe nochmal extrem pushen kannst. Kostet normalerweise 47 Euro, auch das ist in der Bonuskiste kostenlos dabei und ja mehr Infos dazu, wie gesagt in der Beschreibung unterhalb des Videos, klicke dazu einfach auf den Link und dann kommst du direkt auf Sandros Seite und kannst dir sein Video ansehen. Super, danke, ciao. Vielen Dank.